Hallo Für irgendwas brauchte man den, ich hab die gerade weggelegt Ach Mit der ganze Zeit Pech muss ich nachher kurz nach Hause laufen Ja, ich hab meine auch alle weggelegt Toll Hier wär auch ein Gang, ne? Ist genug her? Ja Na gut, weg her Ich geh jetzt hier raus Was? Ich geh jetzt hier raus Willst du springen? Ich geh kein Fall schon Ich geh' aus Ne, das hab ich gehabt, bis unten bist Ist der Tor? Okay, ich kann mich da erspringen So, der nächste Litch King ist da oben Oh Ich geh' in die Richtung Ich geh' mal kurz was nachgucken im Questbuch Ich geh' in die Beschreibung Ich geh' in die Beschreibung Ich geh' in die Richtung Ich geh' in die Richtung Ich hab' grad' auf ETA geguckt Ich hab' grad' auf ETA geguckt Ich hab' das alles noch nicht eingesammelt Ich geh' in die Richtung 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 hallo ich bin ich will ich auch einer rauchen viel wird darauf hinzu weitermachen Ja, du trichst doch gerade selber eine. Weil ich hinterherkomme. So, ich kann ihn brauchen. Ohohoho. Pfff. 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 Schön, dass unser Sohn bald aufsteht. Könnt ihr zusammen mit der Schlaf machen? Könnt ihr zusammen mit der Schlaf machen? Könnt ihr zusammen mit der Schlaf machen? Pfff. 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 Ich bin jetzt dann drüber. Oh Gott. Neuneinhalb Stunden haben wir jetzt schon. Ja, im Endeffekt. müssen wir jetzt zudem dann gehen wir zu den beiden dann muss ich weiterkommen da weiß ja nicht wo die die anderen boss sind sicher auch ja wir haben nachher auch noch nur gas wenn man spiel nicht hängen würde gut dass mein spiel hängt habe ich recht auf die karte geklickt haben so wir haben jetzt noch zwei vier sechs posten bei den hammer im mino schroom die hydra das night phantom urgas und ice queen ich glaube sie ist nachher der gipfel bei uns baumpunkt also mal ebenso ist er nicht fertig gemacht das hier einmal das tor nach gaia jetzt die tarantula brotmutter er ist die rebus dann die wand der animation weiß nicht und hier ist er das land die jahre land kraft weil der schoss von der rebus was man zu kammer was hier das sind wir die die ich habe einen Weg für dich ich bin 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 ich würde mich wegen ihm zu unterbrechen ja ja ich weiß hm ach so ich weiß dann was wird es ja ja ich brauche nur ein Gott gold nugget live root echt live root hab ich vorhin schon mal irgendwo gesehen ne ne hab ich vorhin irgendwo gesehen gehabt glaube ich Man lässt die Frau nicht nachts alleine weit stehen. Warum? Ich bin nachts allein. So, in die Richtung. Vorsichtig hier. Haben wir hier nicht irgendwo ne Brücke gehabt? Auch nicht. Was denn? Achso, da ist unser Berg. Hier gibt es mehrere Berge. Was ist das denn? Das ist dein Kreis. Warum? Warum? Warte mal, ich will mal gucken, gibt's Lift. Kommst du auch wieder? Äh, ja. Hallo. Hallo. Also muss ich zu Hause immer nochmal hier reinkommen. Also wir müssen sowieso, damit jeder die Rüstung haben kann. Hm? Damit jeder die Rüstung haben kann, müssen wir sowieso immer noch wiederkommen. Was für ne Rüstung? Naja, die Eilbomotrützung. Achso. Ja. Deswegen wollte ich ja unbedingt hier rein. Achso. Wenn wir hier durch sind, kann ich mir nämlich, also wenn ich genug Holz von diesem Albumgebot hab, kann ich mir die nächste Rüstung machen. Du hast es zu eilig, mein Schatz. Ich mach doch gar nix. Wir sind schon gefühlt fast 5 Flächer gefallen. Ich fall nicht, ich springe. Was? Ja. Wir sind bald da. Da bin ich noch gerade raus. Dass du diese Karte lesen kannst. Ja, warum nenn ich? Stopp, warte mal. Bis es ist es. Trotz, Barry. Es hat so geleuchtet, deswegen. Die braucht hier am Anfang für die Karte. Können wir auch mehrere davon nehmen und eine neue Karte machen an einem anderen Punkt, um die Karte weiterlesen zu können. Wir müssen. Aber da ich ja so ein Triegerimpfer das ganze Zucker auch wieder weggetan hab. Huch. Waren das Schweine? Nein, Hunde. Suchst du jetzt was? Ich geh mit dir. Geh nur langsam. Ganzhaft. Ganz. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, klar. Leute. Raub mich mal, die Dreckshühne. Da sterb ich nicht an einem scheißfuckten Hund hier an. Ja. So, wir gehen immer noch richtig darüber. Ja. Ich seh schon. Ja, einfach verwenden wir da. Ich seh schon. Ja, dich schon musst du ihn kaputt machen. Ja, ich weiß nicht wie das geht. Aber wir müssen die Kugeln, die die schießen. Ja. Wir müssen seine Schilde kaputt machen. Okay. Und dann wenn er alle Schilde verloren ist, dann kannst du aber nur draufballern. Ab da lasse ich dich dann. Ich hab den Turm verloren. Da. Ich glaub ich schon gesagt hat. Ich glaub ich schon gesagt hat. Was? Ich spring hier rüber und ich sehne du gehst noch vorbei. Oh. Ja, ich würd sagen... hier rein. Wollen wir nicht an der Seite lang rein? Ach Wow, ich fall runter Nach hier gehts auch Das sind Spinnenbläden Hier ist eine Sklitzbahn Hier war einer Ok, gehen wir an der anderen Seite rein Hier am besten Ist noch ein Spanner Hier sind mehrere Wollen, seitdem Hier immer? Ja Dann kann ich uns zuhause noch ein paar andere Spanner bauen, wenn wir welche brauchen Kannst du Das ist noch ein Spanner Ja Das ist noch ein Spanner Das ist noch ein Turm Das ist noch sauber Was sind hier? Flower bud Was machst du denn? Von der Montalian Da ist er Da ist er Der Schild geht doch nicht kaputt Boah Kriegst du viel Schaden? Genau Genau Kann sie gar nicht zurückschießen Da muss gegenhauen Gegen die Chilfes? Gegen das, was sie schießen irgendwie Okay Aber gegen den Haupttypen musst du schießen Achso Also ich schieße jetzt momentan immer den Haupttypen an Und schieße alles mal zurück Nein Schieße dich nicht zurück Sie hat schon ein ganzes mein Leben verloren, so finde ich Ich glaube, er muss das Feuer mal zurückschießen Irgendwie so war das glaube ich Ich bin mir nicht sicher, ich habe das selber nie wirklich gemacht Oh, sie hat nur noch einen, vielleicht Vielleicht kannst du hier auch viel draufhauen Moin Giese, moin Ja So, haut drauf Auf ihn, ich nehme die Zombies Wenn ich ihm abfahren würde Wo ist er denn? Haut auf mich Wo bist du? Wieso haut er dich? So 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 Gut Dann haben wir den auch Alles schön wegtun Entscharnet Vodopuppe Cool Dann kommen wir zum nächsten Der nächste offizielle wäre glaube ich der Moose Room Ich habe golden boots bekommen Yay Dann kann ich meine komischen Stahlboots ablegen Kann ich jetzt mal überlegen So bound Einfach runterspringen Aber in die Richtung Mit der Nehmen wir den Weitere Satz Oh Hallo Wichst du da? Doch wird er gefallen jetzt gehen wir in die richtung und dann machen wir da mal den nächsten kaputt sie haben gleich sechs ja so aufhören oder später machen weiß ich nicht weiß noch nicht wie ich mein schlaf bekommen wir uns geht nur nach hause und ich würde erstmal eine runde mehr dann wegen der rüstung weiter gedanken machen kann wir machen weiter was mit schlaf ich weiß nicht waren weil ich meine das steht jetzt auf so weit auf und irgendwie lohnt sich das nicht vom schlaf deine schuhe vielleicht und ja auch unbreaking so weit haben die er ging an armen um unbreaking nicht um so und die haben fast vor ganz vor und Hm, schade. Ich habe keine Leute. Ahm. Toll. Du musst hier wirklich vom Land aus. Wo bist denn du? Da. Ich dachte halt, du brauchst Zuckerrohr, deswegen wollte ich gerade hier rüber. Da vorne ist Zuckerrohr. Dann kann man sich bei mir nochmal eine Karte machen, genau. Kommen wir denn hier alles mit? Okay, dann haben wir die Torchberry habe ich. Toll, du bist gar nicht hinterher gekommen. Ja, ich kann aber gar nicht. Wer bin ich? Was ist das für schnell? Ich bin gelaufen, weil du gerade neben mir standst. Ja, ich brauchte aber gerade noch die Federn. Danke. Und? Blieben. Kann ich dir das? Da drüben sind noch mehr. Da drüben. Dann können wir, wenn wir nachher eine neue Karte brauchen, eine machen. Okay. Aber wir können jetzt erstmal in die Richtung nach vorne gehen. In die, die da. Hier rüber. Hier rüber. Oh. Fischseh. Das. Ne, gehts dann. Ich gehe gerade aus. Hier rüber. Oh. Ich mag meine Schuhe, die sind praktisch. Ich hab davon. Sorry. Wir müssen nicht so schnell kaputt gehen, weil im Prinzip könnten wir Zucker zu unseren Homepoints und damit zurückkommen. Ja. Genau. Vielleicht bei den Bosskämpfern aussehen, falls sie zu sehr Schaden nehmen oder so. Ich sollte auch was sagen, danke schön. Meine Russie sind zum Beispiel bald kaputt. Warte mal. Ich hab meinen Helm mit Perspiration, Unbreaking und Sober und mit Thompson und Sober. Willst du den haben? Ne, ne, alles gut. Weil das ist ein zweiter Helm, den ich bekommen habe. Wo bist du? Da bist du. Da. Das war nur langweiler, aber. Ach. Ich glaube, dass ich die Tiere alle nur aus langweilig töte eigentlich. Aha. Bist du mal fertig? Was machst du Geschwister? Ich bin die ganze Zeit schon da. Oh, entschuldige. Ich hab dir beim Schlachten zugeguckt. Ich hab dir beim Schlachten zugeguckt. Und, sah gut aus? Nö. Du warst da irgendwie so gebückt. Warst du gebückt, sagst du. So, wo ist der dritte? Da hinten bei der Mirken. Warte auf mich. Stimmt. Sag mir, wo lang. Geradeaus. Du bist schwarz hier. Okay, hast du? Ja. Vorsicht auf die Flucht. Warte, was das hier ist. Was? Grün. Was denn? Nein. Auf meine Karte. Du bist schon wieder weg. Nö. Sehr. Auf meine Karte. Okay. Ops, schau dir. Ach so. Ich darf mein Inventar schon wieder da machen Ja, war das nicht? Ok Ah ne, mehr war das nicht, komm wieder hoch Du hast zu gucken, dass du keine Daten hast, deswegen dachte ich, hm, da ist da was Du bist oben? Ja Da Ich habe aber auch Ich habe noch Golden Legends Protection 4 und Furious 3 Ich glaube, die lege ich an Ich bin gut So, wo bist du? In die Richtung weiter Da kommen wir dann zu dem Minotaur, glaube ich Das hier Das ist das, was ich gesucht habe Was ist das? Eine Hecke Und? Das ist ein Labyrinth Und weiter? Ähm... Hier bleiben wir am besten zusammen Ich weiß nicht, ob hier irgendwo war das Irgendwas war ich bestimmt Was? Wo bist du? Starb! Da Ich glaube nix, hier lang Lass uns hier längst lang Dann durch Wo bist du? Hier? Vorsicht Ich habe doch gesagt, lass uns hier lang Ich habe doch gesagt, lass uns hier lang Pilze und Was sind Melonen sein Bis bald Hier ist noch ein Spawner Aber total wo die Hunde kam Ja, ich habe gerade noch ein paar Freunde hier gehabt Die mich irgendwie nicht so in Ruhe lassen wollten Das fand sie wohl nicht so cool Wie sieht das aus? Was? Ach, vielleicht eine Spinne hier in den nächsten Tür Dann kriegst du die auf, wenn du gleich die Spinnenkits, die da vorne sind Hm, verstehe ich nicht Komm mit Da Da Spinne kaputt Mach kaputt Jawoll Und jetzt? Weil wir hier in der Hecke waren, hast du halt dafür natürlich mehr bekommen Achso Also eigentlich eher mehr irrelevant, aber Hallo, nicht so schnell Du sie doch nur Ich weiß ja nicht, wo du bist Hier Hinter dir Das war Hier Soll ich echt hier nur noch looten, diese Hecke Meinst du? Ja Du kannst doch auch auf die Hecke rauf gehen, ne? Nein, ich solls dann Labyrinth sein Was ich halt geil finde, ist, dass wir ganz spawner als wir kriegen kriegst mega gemacht schaden sie gut gemacht weiter geht es ist echt nur wir wollen wir müssen wir aber echt und die richtung genau das erst mit lichtern über bewertet die sich anders gut da hinten soll er irgendwo sein in der richtung sobald du das eis machst lecker irgendwie hier wenn ich runter genau hier müssen oder hier wird er nicht rein toll ist der nächste ja dann darf man da noch nicht rein und Was ist Swamp? Äh, 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 hab ich vergessen. Dann google das. War das vielleicht das Ruin geworden? Weiß ich nicht. Sampf. Wir müssen Sampf. Das ist doch kein Sampf, oder? Nö. Ja, da steht halt, dass da was beim Sampf freigeschaltet wird. Ich guck halt mal hier bei jemandem. Ich finde ihn nicht. Ja, wenn du über den Achievements hingehst, in der Beschreibung, was freigeschaltet wird. Naja, ich hab's gelesen. Du warst bei dem Questbuch. Genau. Ja. Biet'n durchkehre. Geht aber rein. Ich kann's aber noch nicht. Dann. Dann komm wieder raus. Wo bist du? Da. Draußen. Hier. Dann such mir den Sampf. Gut gesagt. Du hast den Cut. Moment. Und. Und 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 und. Und. Das ist immer, wann hast du eigentlich das Sofa gemacht. fiel mir die ganze zeit auch und dachte mir ich frag dich mal so eine weile her ist das arschgehalt also das schon mal die hydra könnte eigentlich nur noch das alle sein also im labyrinth irgendwie wo wir eben bauen okay ja ich darf nicht mal eben zu ich meine hände langsam spüren ja dann brennt das was ein brennraum baum menschen und rechter ja entschuldigt ja das tut mir leid was hast du die schon wieder ins mikro ein kopfhörer erhmet so gut wenn das eine oder sogar wir gehen mal hier hoch Ich will ja mal gucken, wenn wir beide mit den Brücken sind, dann will ich den mal hochbauen. Wir gehen erst da woher wir eben kamen. Ich habe eine Brücke gebaut. So, woher? Es war genau hier irgendwo. Da vorne. Soll da doch was sein. Wie eben? Nein. Was? Kein Swamp, oder? Das ist kein Swamp. Nein. Runter gefallen. Nein, hier ist nichts mehr. Wo bist du? Achso. Und du? Ja, auf den Berg. Ne, hier ist nichts gewesen. Machen wir mal auch noch Fragen. Jetzt doch. Ja. Wie war das mit der Karte? Ich weiß nicht wie früher fragt. Ähm. Ja, das war doch nur ein Fehler. Und sonst was. Not sure. Done. Und dann. Wo bist du? Dann hat man drüber rein. Ne, ich komm mit. Und. Laus. Laus. Oh. Wie ist das? Das ist wie im Real Life. Sagst du? Ja. Das war's für heute. Aber das war so... Du bist schon wieder abgenommen. Passt. Und? Ich check dich, Leggy. Bist schon wieder. Ich ärgere dich und du hast so ein paar ab. I'm going to go and gather. Ich kenne dich. Warum? Achso. Hm, schon okay. Nein? Nein. Ich habe noch keine Ahnung, oder? Aber sie haben noch nicht. Da bist du. Seinem Schneekwitz. Wohin willst du? Okay. Where are you? Mami. Mami. Oh, was ist das da? Wo bist du? Hier, komm mal her. Das ist da vorne. Also. Hier. Ja. Wir können uns klatschen, wir waren zwar im Regen. Wir landen ja nicht ab Regen. Hm? Wir sind nicht ab. wo Ok, das Ganze geradeaus. Ich habe kein Skull von ihr zu rehab. Ja, so geradeaus weiter. Ich bin froh, dass wir nicht schwimmen müssen. Ich bin froh, dass wir sowas haben. Geh weit nach vorne, da ist irgendwie nichts. Mein Eis, die ist gerade nach. Da, rüber zu nennen. Ich bin froh. 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 Geh mal ein bisschen langsamer. Vielleicht geht das besser. Ist das besser, mein Schatz? Ich bin froh. 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 Und jetzt? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin gerade aufs Vater, wir haben so gesagt, das Tier. Das war. Die Poema. Das ist ein Zahn. Direkt in den der Karte? Oh, legge ich. Ich werde das nicht mehr machen. Ich werde das nicht mehr machen. Oh, hier ist nichts. Und dann? Oh. Ich hatte gerade die Idee, ihn abzuhalzen. Das sah eigentlich aus dem Lerbegerand. Ja. Mhm. Mhm. Danke. Okay. Ach, du bist nur. Und du? Komm mal rück... Was ist das zu vorne? Ist immer noch unsers, ne? Ja, okay. Ist gerade vorher runter gesprungen? In der Mitte. Was ist denn runter? Ich habe keine Achse dabei. Ja? Ist das richtig? Okay. Nein. Ich habe keine Achse dabei. Oben. Was? Nein. Hier ist ein Loch in der Mitte. Also. Was? Wollen nicht hier schlafen? Nein. Klar. Hm, jetzt haben wir hier. Geht hier nicht raus? Okay. Wollen wir hier schlafen? Wollen wir hier schlafen? Ja. D Pret��. Philo, ging far. Geez nicht lang. Ja.